Meine Mutter streckte mir eine Hand entgegen und ich fühlte ihre ungeheure Liebe. Ich kann diese unermessliche Liebe nicht erklären, die durch meine Mutter zu mir strömte. Als sie noch lebte, hatte ich nie ein ähnliches Gefühl erlebt. Ich wusste, dass sie mich liebte. Glauben Sie mir, ihre Liebe zeigte sich in allem, was sie getan hat. Aber diese Liebe war unvergleichlich wärmer und umfassender. Ich lag im Bett und Leute gingen langsam an mir vorbei. Auf der einen Seite waren es solche, die ich nicht kannte, aber sie waren alle sehr freundlich. Sie berührten im Vorbeigehen meinen Arm oder meine Hand. Auf der anderen Seite waren Menschen, die ich kannte. Meine Mutter, mein Vater, mein Onkel. Menschen, von denen ich wusste, dass sie gestorben waren. Sie taten das Gleiche im Vorübergehen. Da war dieses intensive Grün, wie eine Weide aus Grün, grünes Gras. Aber das alles ist schwer zu beschreiben, denn es war ein Grünton, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Er war so lebendig, lebensnah. Und es fühlte sich einfach gut an. Ich habe sie gesehen. Nicht ihre Gesichter, nicht ihre Kleidung. Aber ich wusste, dass sie es waren. Wir saßen dann am Küchentisch, lachten. Ich konnte dabei ihre Gesichter sehen. Wir lachten, aßen, sprachen miteinander. Wir hatten eine gute Zeit. Hatten Sie je zuvor einen so lebendigen Traum? Nein. Dr. Christopher Kerr im Gespräch mit Sterbenden. Der US-amerikanische Neurobiologe und Hospizarzt hat mehr als 1400 solche Interviews geführt. Seine Studie bestätigt, was auch Angehörige am Sterbebett oft erleben. Mit dem näherrückenden Tod haben Menschen intensive Träume, lebensnahe Visionen, in denen sich andere Welten öffnen und ihnen verstorbene Verwandte oder Freunde begegnen. Wie fühlen Sie sich jetzt, mit der Aussicht sterben zu müssen? Haben Ihre Erlebnisse etwas verändert? Ich habe keine Angst mehr. Denken Sie, Ihre Angehörigen wiederzusehen? Wenn ich zu Fluch aufhöre. Wenn Sie was? Wenn ich nicht mehr fluche. Die Träume und Visionen Sterbender. Handelt es sich um wirkliche Einblicke in jenseitige Ebenen? Zeigt sich am Sterbebett das Geheimnis des Todes durch Hinschauen, Zuhören, Nachempfinden, anstatt Wegzuschauen, zu Tabuisieren? Diese Erlebnisse nicht ernst zu nehmen, bedeutet Sterbende nicht ernst zu nehmen, in einem wichtigen Aspekt ihres Lebens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017